Mein Name ist Barbara Zimmermann und ich bin der Geschäftsleitung der Musical Factory AG in Luzern. Seit 2021 bieten wir eine vierjährige eidgenössisch anerkannte Lehre als Bühnen-Tänzer, Bühnen-Tänzerin Fachrichtung Musical Show an. Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Lernenden auch auf dem internationalen Markt arbeiten können. Und darum ist der Austausch mit international renommierten Partnerschulen sehr wichtig für uns. Und wir freuen uns riesig, dass das jetzt durch MoVCR möglich ist.